Guten Morgen! Guten Morgen! Bleiben Sie stehen! Bitte, meine Tochter, noch kein Wort. Lassen Sie mir nur einen Moment Zeit. Sie sind eine junge Frau vom Stamm der Pygmen und auf dem Rücken tragen Sie eine Tätowierung. Eine lila Kuh. Ihre Kleidung ist Erdfarben. Ganz früher waren Sie mit einem Töpfer befreundet. Aber Sie fanden ihn zu dreckig. Sie beschäftigen sich mit Mystik. Wie ist es nicht so? Wo ist sie? Wo ist die junge Frau und wer sind sie? Ein Mann. Und ich hätte nie ein Verhältnis mit einem Töpfer. Ich versuch's nochmal. Sind Sie vom Niel? Nein, vom FBI.